Skyline ist die Sportler-Luxusmarke von Nissan, die ursprünglich jedoch nicht als Rennwagenserie konzipiert war. Der erste Skyline war ein Familienwagen der Mittelklasse, das erste in Europa hergestellte japanische Auto. In den 60ern fuhr der Wagen sein erstes Rennen und gewann mehrere japanische Grand Prix-Rennen. Dank weitem Achsabstand und Reifen mit geringer Haftung wurde der Skyline eines der ersten beliebten Drift-Autos. 1969 wurde das Hochleistungsmodell vorgestellt, der GT-R. Ein wahres Monster mit viel PS und Technik. Der R32 siegte während vier Saisons 29 Mal hintereinander bei Rennen der Gruppe A. Er gewann auch die Grand Touring Championship in Japan von 1993 und setzte einen Weltrekord im allradgetriebenen Dragster-Rennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017